Offenkundig erleben wir eine neue Zeit der Extreme, das gilt zumindest für die Märkte. Wir sehen jetzt eine extreme Rotation in die US-Nebenwerte, in alles, was irgendwie bisher schlecht gelaufen ist, aber von sinkenden Zinsen profitieren würde, von einem Wahlsieg von Donald Trump profitieren würde, während es für Tech jetzt langsam eng werden könnte. Ist der Höhenflug von Tech, ist der Höhenflug von Nvidia vorbei? Die Wall Street ist ein Tagesgeschäft. Wir haben schon oft erlebt, dass rotiert wird, am nächsten Tag wird dann wieder anders rotiert, aber es könnte sich schon ein Trend abzeichnen, zumal jetzt die Fed Fund Futures eine Wahrscheinlichkeit von sage und schreibe 100% einpreisen, dass die US-Notenbank am 18. September bei der übernächsten Fettsitzung dann die Zinsen senken wird. Wir sehen hier mal die Wahrscheinlichkeit, dass es 25 Basispunkte sind, also ein Viertel Prozent, nämlich die Zinssenkung, liegt bei 93,3%. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed dann einen großen Schritt gemacht haben wird, also 0,5 gesenkt haben wird, liegt bei 6,7%. Und jetzt weiß ich, sind einige Mathe-Genies unter Ihnen, die das mal addieren und dann auf 100% kommen. Aber das ist schon sehr extrem, würde ich sagen. Wir hatten Ähnliches im Januar diesen Jahres, als man sieben Zinssenkungen erwartete und das alles dann doch ein bisschen anders gekommen ist. Was passiert, wenn zum Beispiel die nächsten Inflationsdaten wieder ein bisschen heiß sind? Vermutlich würde die Fed dann doch die Zinsen senken, aber vielleicht dann sagen, naja, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein. Wir müssen mal gucken, wie das Ganze ist. Also es ist schon extrem, wie schnell das jetzt gegangen ist, dass man sich zu 100% sicher ist, dass die Zinsen sinken werden. Und man erwartet dann in der Summe praktisch drei Zinssenkungen noch in diesem Jahr. Wie gesagt, von 7 auf 0, jetzt wieder auf 3. Wir sehen also, dass die ganze Geschichte sehr volatil ist. All das aber, nämlich sinkende Zinsen, das beflügelt Gold, das heute ein neues All-Time-Hick erreicht hat, wie es hier heißt, von dem guten Holger Cepic. Also Gold kann profitieren für das gelbe Metall, ist das eine Steilvorlage. Erstens, Aussicht Trump, Verschuldung wird nicht geringer, sondern tendenziell steigen. Zweitens, die Zinsen werden fallen, auch weil Seth Donald wahrscheinlich darauf drängen wird. Drittens, weil die Inflationsaussichten, das zeigen hier die Swap-Märkte, die die längerfristige Inflation bepreisen, eben durch Seth Donald dann wahrscheinlich nach oben gehen. Migrationsbeschränkungen, respektive Abschiebung von Migranten, plus deutliche Anhebung von Zöllen und so weiter und so fort. Jedenfalls für Gold ein ziemlich cooles Setup, muss man sagen. Hier sehen wir jetzt mal das heutige Geschehen an der Waller Street. Wir sehen der Russell wieder deutlich über zwei Prozent im Plus, also der Nebenwerteindex. Wir sehen der Nasdaq sogar im Minus, Dow Jones auch deutlich im Plus, liegt aber vor allem an United Health, die ein Schwergewicht ist im Dow Jones. Die Aktie steigt heute sehr deutlich, der S&P 500, ja leicht im Plus. Und hier sehen wir Dramatic Reversal of the Nasdaq-Russell Trade, also hier Nasdaq in Relation zu diesem Nebenwerteindex Russell. Das war eine Einbahnstraße, alle wollten Tag, 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 niemand wollte die Nebenwerte haben. Jetzt wollen alle die Nebenwerte, Herde komplett umgesteuert, alle rein in Nebenwerte, wenn das mal gut geht. Denn ein Problem ist ja zwar, ist die Wahrscheinlichkeit wirklich nach diesen miserablen Daten, die wir im Grunde seit April gesehen haben aus den USA, ich hatte heute Morgen den City Economic Surprise Index gezeigt, der im Grunde seit April klar und eindeutig nach unten geht, mit einer kleinen Zwischenetappe Mitte bis Ende Mai, da waren die Daten dann vorübergehend besser, aber dann wieder deutlich abgesunken. Aber was ist, wenn jetzt eben zwar die Zinsen sinken, aber die Wirtschaft in die Rezession fällt? Das hilft diesen Firmen auch nicht, die im Russell sind, denn die haben wenig Puffer, die können schwere Zeiten eher weniger überstehen. Aber however, schauen wir uns mal die Hitmap an, da sehen wir Microsoft im Minus, wir sehen Nvidia vor allem im Minus, wir sehen Meta im Minus, Amazon kann sich heute gut halten, viel Plus sehen wir hier, also viel Grün. Das liegt eben daran, dass jetzt die Mehrzahl der Aktien gewinnt, während wir vorher ja in der Situation waren, dass die Mehrzahl der Aktien gefallen ist, aber die großen Tech-Werte gestiegen sind, weswegen ja die Indizes wie der S&P und vor allem der Nasdaq 100 gestiegen sind. Hier sehen wir einfach mal grafisch illustriert die Magnificent Seven in Relation zu dem Aktienmarkt in China, zu Japan, zu Italien, Francia, United Kingdom, Kanada und ganz links, ganz klein, das ist Germania, das ist Germany und unten sehen wir mal eine interessante Grafik. Wir sehen nämlich, dass die Gewinnerwartungen für die KI-Aktien, also für Nvidia und Co., also alles, was in diesem Spektrum künstlicher Intelligenz vorhanden ist, dass die nach unten gehen. Ja, sowas, ich dachte, es geht immer nur nach oben, auch mit den Gewinnerwartungen, nein. Und hier die bösartige Bank of America, das sind wirklich ganz schlimme Finger, die sagen, naja, vielleicht sollten wir uns mal überlegen, dass die Anfangsprofiteure, die Aktien, die alle haben wollen, dann am Ende nicht die Gewinner sind. Denken wir mal an Cisco oder so, ja, die gibt es noch, aber die spielen eigentlich keine große Rolle mehr und die waren ja der große Superstar, lange Zeit wird das mit Nvidia auch so sein. Denn, naja, momentan verkaufen sie eben noch die Schaufeln und solange alle noch sagen, okay, wir suchen Gold, auch wenn eben diese skeptischen Stimmen von Goldman Sachs und anderen jetzt deutlich häufiger werden, wie wollt ihr eigentlich Geld verdienen? Und diese Frage wird natürlich langsam immer virulenter. Massive Ausgaben, massive Investitionen nötig für diese Data Center, aber wo ist die Killer-Applikation, die euch wirklich das Geld bringt? Und so könnte es sein, es könnte sein, meine Damen und Herren, ich bitte das sehr ernst zu nehmen, dieses könnte, also dieses konditionale, konjunktive, was immer sie wollen, Geld, deutsche Sprache ist nicht auf vielseitig. Also das könnte sein, dass die Nvidia-Aktie möglicherweise vor einem Rücksetzer steht, zumal auch SMH, das ist der Semiconductor-Index, also Halbleiter-Index, auch irgendwie fertig aussieht auf der Oberseite, aber natürlich weiß man das nicht und wenn insgesamt eben die Zinsen sinken, dann sehen wir, dass nachdem die Fed die Zinsen gesenkt hat, das erste Mal, Value Grows Outperformt, also besser läuft, also all das, was bisher genau andersrum war, Small Caps besser sich entwickeln als Large Caps, also kleine Aktien besser laufen als große Aktien und Bonds besser laufen als Aktien, mit anderen Worten, die Renditen fallen, da steigen die Kurse der Aktien und weil die Kurse der Anleihen steigen, dann tun sie das mehr auf jeden Fall als bei den Aktien, das ist ja Logik hinter der ganzen Sache. Hier sehen wir mal den IWM, das ist das maßgebliche ETF auf den Russell 2000, diesen Nebenwerte-Index, der ist jetzt gut 11% im Plus seit Jahresbeginn, aber davon so ziemlich alles in den letzten 5 Handelstagen, das ist einfach extrem krass, was hier passiert, dieser Herdentrieb an der Wall Street und ja, es gibt da eine gute Begründung und diese Begründung heißt, eben bei sinkenden Zinsen profitieren diese Werte, denn die haben deutlich mehr Floating Debt, also praktisch Schulden, die nicht langfristig abgeschlossen wurden, sondern man muss sich öfter refinanzieren und das muss man ja derzeit angesichts der Zinssituation zu hohen Zinsen, während die großen Player eben nur 10% Floating Debt haben und den Rest Fixed Debt, das ist genau der Punkt, warum man jetzt eben sagt, naja, dann kaufen wir die, aber wie gesagt, wenn die Wirtschaft abschmiert, egal, schauen wir uns mal die Regionalmarken an, da sind ja auch die Superstars ETF, KRE, massiv gestiegen, 16% jetzt, beste Entwicklung seit die November und wie gesagt, entscheidend wird die Frage sein, wird die US-Wirtschaft in einer Rezession abschmieren und wir haben heute wieder wunderbare Daten bekommen, wunderbar im Sinne von ein bisschen aufgehübscht, um es vorsichtig zu formulieren, denn wir haben die Retail Sales, die Einzelhandelsumsätze 0,0, da war eigentlich ein Negativwert von 0,3% erwartet, die Bank of America hat sogar gesagt 0,4% und die haben ja Einblicke in die Kreditkartendaten der Leute, jeder dritte, vierte Amerikaner hat wahrscheinlich von der Bank of America eine Kreditkarte, also können sie normalerweise sehr gut absehen, was der Fall ist, sind auch sehr treffsicher in der Regel, aber dann kommen die Herrscher der Statistik und sagen, wir lassen uns da mal was einfallen und was das gewesen ist, das nennt sich Seasonal Adjustment, saisonale Anpassung, damit kannst du eine magische Zahl erzeugen und so kam diese 0,0 zustande, das ist natürlich ein voller Erfolg der Statistiker, vielleicht sollte man die mal in den Secret Service packen, die können wenigstens eher Handwerk und hier sehen wir aber, wenn wir uns das mal die Realität anschauen, also nicht saisonal adjustiert und gleichzeitig noch Inflation bereinigt, dann wären die Umsätze um minus 2,8% zum Vorjahresmonat gefallen, also waren sie nicht so wirklich gut, aber wie gesagt, die Statistikwunder in den USA sind groß und sehr, sehr ausgeprägt, hier sehen wir mal oben in diesem Chart, diese gestrichelte Linie, wir sind schon seit einiger Zeit schrumpfend mit den Umsätzen in der Realität, also Inflationsbereinigt und es liegt einfach daran, dass die Inflation noch eben deutlich höher ist als eben das, was bei den Einzelhandelsumsätzen passiert und so sind zwar auf der einen Seite viele skeptisch, was das Wachstum in den USA betrifft, hier oben diese Grafik auch wieder von der Bank of America, unten allerdings ist die Erwartung, dass die USA in eine Rezession fallen, bei den befragten großen Fondsmanagern wieder gesunken, so ein bisschen widersprüchlich, eins ist klar, die Zeit des großen Gelddruckens, die ist vielleicht vorbei und vor allem ist sie nicht effektiv, hier sehen wir mal, was eingedruckter Dollar an Schulden, an BIP-Wachstum bringt und das ist jetzt nur noch 58 Cent auf den Dollar, wir hatten mal in den 60er Jahren 10 Dollar, also ein Faktor von 1 zu 10, da hat es Sinn gemacht Schulden zu machen, weil dann die Wirtschaft auch wirklich gewachsen ist, jetzt passiert durch Schulden praktisch gar nichts mehr und wenn wir von Schulden sprechen, dann müssen wir auch von St. Donald sprechen, denn die Trump-Ords, die haben massiv zugelegt und genau das ist natürlich der Grund, warum jetzt diese Umschichtungen an den Märkten der Fall sind nach diesem gescheiterten Attentat und hier sehen wir mal eine Aufstellung von den Goldman Sachsern und die sagen, okay, was läuft denn gut im Vergleich zu, welche Bereiche laufen gut, welche dürften nicht so gut laufen unter St. Donald und dann ist ganz oben Domestic Sales gegen Non-Domestic, gegen Non-US Sales, also die Firmen, die praktisch in den USA ihr Geschäft machen, im Vergleich zu denen, die international ihr Geschäft machen, Zolle, dann sehen wir Russell 2000, dann sehen wir Nasdaq 100, da bin ich mal gespannt, würde ich eher nicht sagen, denn St. Donald wird wahrscheinlich nicht begeistert sein von Woken-Unternehmen wie Google, aber schauen wir mal, dann sehen wir erneuerbare Energien ziemlich weit unten, Energie erstaunlicherweise auch ziemlich weit unten, Financials auch nicht so gut, obwohl ja alle sagen, naja, der wird ja mehr deregulieren, aber interessant ist zum Beispiel, dass der Manufacturing-Sektor, also der Industriesektor in den USA, als Trump an der Macht war und die Zölle ja deutlich angehoben hatte gegen China, diesen Handelskrieg da geführt hatte, da ist es dem Manufacturing-Bleich gar nicht so gut gegangen, erstaunlicherweise, also schauen wir mal, wie es kommt. Und wir schauen, wie es kommt, heute muss Uschi gewählt werden, wir haben die Hoffnung, dass da irgendwie sich noch was tut, dass das nicht passiert, aber sehr unwahrscheinlich. Hier diese Boykott-Entscheidung gegenüber der Ratspräsidentschaft Ungarns, ziemlich lächerlich, zumal offenkundig Orban, wie ich heute Morgen schon vermutet habe, so ein bisschen das grüne Licht von Trump bekommen hat, von der wahrscheinlich nächsten US-Administration und gesagt hat, naja, aber die werden sicherlich dann ganz anderen Kurs fahren als die beiden Regierungen, nämlich die Trump-Regierung, also da ist durchaus vielleicht mal angezeigt, den Mann mal machen zu lassen und nicht immer zu sagen, böse, böse, du sprichst doch gar nicht im Namen der EU, da fühlen die Wichtigtuer offenkundig sich ein bisschen auf den Schlips getreten und interessant, dass Elonu, nämlich der Musk, der offenkundig auch hervorragend deutsch spricht, gell, weil er sagt, ey, Bundeskanzler, was ist das? Also der Mann ist ein Sprachtalent, der kann also Amerikanisch und der kann Raketen bauen und dann zum Mars fliegen und ein bisschen weniger Autos verkaufen, das kann der Mann und jedenfalls hat er sich beschwert, ja, was ist denn solche Leute, die praktisch so etwas schreiben, wie El Hotzo, der gesagt hat, schade sozusagen, dass die Kugel der Trump nicht voll erwischt hat, ich liebe es, Faschisten sterben zu sehen, so hat er das wirklich formuliert. Jetzt hat Radio Berlin Brandenburg den guten Hötzo gefeuert, vielleicht könnte man den Böhmermann gleich noch mitnehmen, denn das ist jemand, der eher hetzerisch unterwegs ist und die Spaltung der Gesellschaft deutlich vorantreibt mit seinen Framing-Kommentaren. Gucken wir nochmal nach Deutschland und die großartige Wachstumsgeschichte, welche wir natürlich durch das grüne Wirtschaftswunder im Gegensatz zum Rest der Welt erzielen und so können wir stolz sein, dass nach neuster Prognose des IWF wir zwar letzter sind, aber das liegt nur daran, dass hinter uns keiner ist, sonst wäre das ja auch alles richtig gut, nämlich wir dürften 0,2% wachsen, die Welt durchschnittlich 3,2%, sogar die Franzosen, also die Franzosen, die wachsen also deutlich stärker als wir, die Russe sowieso, was haben wir noch, der Inder, der Inder ist auch stark wachsend, aber wir sind dann CO2-frei, das ist ja auch eine Qualität, du musst ja irgendwie Qualitäten haben, wir sind dann CO2-frei, ne, und glücklich, gell, sitzen wir in der Höhle, sagen wir mal, schau mal, wir sind CO2-frei, was macht ihr, gell, ne, so sind wir drauf, also ich bin stolz, dass wir so vorgehen. Drei Empfehlungen, meine Damen und Herren, Goldpreis vor längerer Hosse, da gibt es einen richtigen Move in Gold, vor allem auch seitens afrikanischer Staaten, hochinteressanter Artikel, erste Empfehlung gerne weiterempfehlen, dann die zweite Empfehlung mit China und Russland, auch das super interessant, hier sieht man wirklich, wie die Machtverhältnisse sich verschieben, wie Russland immer mehr zum Juniorpartner Chinas wird, China hat auch seine Themen, gar keine Frage, aber das ist auch hochinteressant, zweite Empfehlung, gerne weiterempfehlen und die dritte und letzte, jemand dessen Qualität ich noch nie so besonders geschätzt habe, weil er so ganz dicke ist, irgendwie mental mit meiner Zweitpressenfreundin Cathy Wood, da ist der gute Frank Thelen, der muss erklären, worum jetzt sein Fonds irgendwie nicht läuft, jetzt hat er ihn mal ganz entspannt umbenannt, das ist auch eine Methode, der heißt jetzt anders und damit ist ja alles vergessen. Also diese drei Empfehlungen, meine Damen und Herren, das war das vorletzte Makel für's davon beim Urlaub, morgen nochmal auf alles, wo gab es am Donnerstag wieder aus Blick und jetzt sage ich Servus, Ciao.